Der Österreicher an und für sich ist zum Schauspieler geboren. Also wie er einfach auch mit der Sprache umgeht. Also ganz automatisch. Wenn ich sage, ich liebe dich, dann kann es im Österreichischen heißen, ich finde dich wahnsinnig deppert. Oder ich liebe dich. Und das ist etwas, also dieses Spiel mit den Möglichkeiten, was ein Satz bedeuten kann. Du hast einen Sixpack gehabt, Muskeln, ich war total fertig. Außerdem hast du dich echt super bewegt, wie ein Boxer. Ich meine, ich hab keine... Das, was ich mit Liebe verbinde, ist, als ich sie mit dem Motorrad im Waldviertel besucht hab, da wollte ich, also ich hab sie quasi abgeholt und entführt. Und dann komm ich da zum ersten Mal in dieses Waldviertel rein, das war für mich ein wilder Westen. Ich fahr mit dem Motorrad hin, in einen Gastkreis rein. Da drüben jemand, da drüben jemand, hat mich schon überhaupt nicht ausgekannt, warum sie nicht gemeinsam sitzen. Ich hab gesagt, grüß euch, ich bin der Gregor, ich bin die Nina. Da war so eine Wild-West-Stimmung. Jeder schaut dünnen, grüß euch. Die Prolsuche. Dann hab ich ein bisschen extra angemacht auf Cirola. Das sucht ihr nämlich gern, gell? Ja, das hab ich gern. Das hab ich gern, weil da reist sich immer die Leute. Und dann haben sie mich hingebracht, haben sie mich zu dem Elternhaus hingebracht. Und dann hab ich sie entführt. Das ist doch schön. Das ist doch eine sehr schöne... Das ist eine schöne Erinnerung. Schöne Liebes... Vielleicht für Sie nicht so, aber für mich. Danke. 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 Danke.